was geht youtube wieder zurück aus der Welt von Call of Duty Modern Warfare wir spielen eine Runde Herrschaft auf der riesengroßen Map Shipment oder wie die scheiße sich schimpfen mag und für die Kenner wissen dass diese Map eine relative naja kleine Map eigentlich ist nicht große das große war natürlich ein Witz eine kleine Map ist und das bedeutet sehr sehr viel Action und sehr viele Baller und sehr viele Tode deswegen bitte erwartet kein 30 zu 0 also wer 30 zu 0 hier spielt auf der Map der ist schon relativ gut würde ich behaupten da kommt auch schon direkte Raketenwerfer geflogen und da ist ein Gegner und der ist nicht gestorben beste Leben so wir spielen ich spiele letzter Zeit sehr sehr viel mit der auf dieser Map weil du kannst deine du kannst deine Waffen hier du kannst deine Waffen hier sehr sehr gut auf Gold ziehen weil du halt hier sehr sehr viele Gegner sehr sehr viele sehr schnelle Gegner hast also schnelle nicht aber ihr wisst schon wie ich das meine ganz schnell Kills machen und so weiter so Punkt ist erobert da war einer da ist nur einer gerade über mir gesporen und er hat keine Ahnung wie viel geschluckt ich will auch gar nicht so viel pushen weil pushen hier in dem Spiel ist halt wie gesagt ein klitzekleiner Fehler weil halt weil halt hier überall Gegner sind ich sehe aber gerade mein Magazin ist auch ziemlich im Arsch komm 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 oh mein Aim oh scheiße 27 Schuss nur noch da hinten war einer ich muss da hin ich muss da hin ich muss da hin ich muss da hin nein er liegt ja wirklich neben der Kiste ich dachte da wäre eine Leiche er hat sich wirklich so richtig ehrenlos da hingelegt naja was soll man machen was heißt ehrenlos ist halt ein Skill Ding vom Spiel fuck also wie gesagt erwartet bitte keine OP Runde das ist klar dass sowas passiert hier also weil das ist ja wirklich alles hier zusammen geschissen zusammen gewürfelt und äh ja zack zack vielleicht raus einmal kurz nachladen da habe ich eigentlich vielleicht ich würde ja jetzt gerne rein raus pushen aber Aaaaaaah ey ey war fast gesichert oh mein Gott alter nein 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 geht doch hinter die Kiste meiner steht auf geht runter steht auf geht runter stirbt danke 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 so 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 einmal ein Molotow da hinten rein einmal das hier hinten rein so ich sehe auch viele Leute spielen äh wie der da hinten spielen immer wieder mal mit ähm Schild Nein 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 komm ja oder Trophi System wie ich da auch gerade gesehen habe ja ein Trophi System sich da hingestellt bin ich gar kein Fan von also ist alles richtig so auf der Map mit dem Schild auf dem Rücken und Trophi System hat ja alles Vorteile aber ähm ja bin ich halt kein Fan von sag ich jetzt mal so so Präzisionsluftschlag haben wir die müssen nur noch CO waren das heißt da balle ich den Luftschlag rein auch wenn da keine Gegner sind aber die werden dann da wahrscheinlich hinrennen oh mein Gott alter Heilige Mutter oh ja ich habe einen bekommen nice okay einen habe ich bekommen nur immerhin oh mein Gott Raketen also ich würde ja gerne um die Ecke aber kann ich nicht Walter der schluckt ich schlucke was ja der Wahnsinn bitte Marschgub vor Körper nein bitte nicht okay alles klar holy shit holy shit ja kam die Panikattacke oh mein Gott da sind so viele Gegner da sind so viele Gegner dann rush ich einmal hier rein und ich sehe keinen Gegner was ein Geschütz Okay, das ist nur ein Assist, den haben wir aber Einmal auf den Boden legen, das ist glaube ich meine Waffe Na, der Ah, da, schnell Profisystem, nein, Granate, Granate Wahrscheinlich hat die mich noch erwischt Wahrscheinlich hat die mich noch erwischt, oder? Ach, der Wichser legt immer das Profisystem Der auch Shotgun spielt Ach, dass die Granate Mich getroffen hat, die will ich sehen Bitte, bitte, ich muss mir die einfach Angucken, wo war die denn? Ach, die war an einem Teammate dran, der hat den echt Geht, drangeheftet Oh mein Gott, da bin ich zu schnell Losgelaufen, wo sind die denn? Nein, mach, ah, was ist das hier? Ah, was war das? Ich weiß nicht, was das war, ich dachte, das wäre ein Trophisystem Ich falle auf, äh, so ein Schrott, wo ich keine Ahnung habe, was das ist Los Geil, 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 geil So, da war wieder ein Trophisystem Ein Wichser von denen sitzt, als das Profisystem ein So, wir schneiden gerade relativ schlecht ab So fühle ich das, wenn ich das richtig sehe Der Typ hat sich selber gekillt Nein, wo? Oh Mann, ich wusste nicht, dass ich so weit rausgerannt bin Nein, jetzt hat er den bekommen Und da unten schwitzt einer Hinter mir waren aber auch noch welche Hallo Komplette Action hier Ich wusste, dass er noch da drin ist Oh, ich bin nur am Ballern, weil ich überall Panikattacken habe Überall Panikattacken Okay, hier kann ein Safe einer kommen Nein, 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 nein Oh mein Gott, den habe ich Nein, scheiße, dann kam Monotov Scheiße Also die Map, ich muss sagen, die Map gefällt mir, wie gesagt Ähm, alter Schwede War das dein Ernst mit dem Raketenwerfer? Ja gut, wenn er das machen will, dann machen wir das auch Und nochmal, weil es so schön war Und Ey cool, da war sogar eine Mauer, die wir getroffen haben Einmal kurz Waffenwechsel wieder So, einmal hier durchrennen In der Hoffnung, dass uns keiner sieht Nein, 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 er ist im Hacklitch Ich aber auch Und, oh, keiner hat einen bekommen Scheiße, Digga Oh, ein Molotov raus Flashgranate Einmal hier zur Seite Oh, nee, da wurde ich getroffen Ich sehe nichts Ich sehe nichts, hallo Ich bin blind, danke Nein, da ist es, geht Schieß doch, schieß doch Oh mein Gott Nein Raketenwerfer Holy shit Also es ist echt sau durcheinander Aber ich weiß nicht, wieso Das gefällt mir am allermeisten Call of Duty Dass du halt direkt auch Gegner hast Du kannst sporen Und siehst halt die Gegner auch Und das ist für mich Auch Call of Duty Das ist halt irgendwie das Geilste von allem Ich sterbe zwar oft und es ist irgendwo ätzend Aber es ist halt auch dieses Ich weiß nicht, das ist halt Call of Duty Das ist halt nicht so wie bei Battlefield Dass ich zehn Jahre suchen muss Mich ein Gegner finde Sondern ich habe direkt Action Jackson Wissen, wie ich meine Zwar zerstören die mich gerade übel Was mich gerade ein bisschen ankotzt Aber hey Ich habe, ich habe, ich habe Spaß Oh Digga, mein AIM war ja anders schlecht Ach komm, müsst ihr mit dem Raketenwerfer spielen For real jetzt Oh, der AIM war auch wieder komplett on point Der AIM vor allem So, einmal nachladen Ich sollte mich vielleicht ein bisschen Ein bisschen mehr konzentrieren Und nicht so viel Scheiße labern Würde vielleicht Aber nur vielleicht helfen So, wir gehen mal hier oben drauf Wir gehen mal hier oben drauf Und dann gucken wir mal, dass hier einer ist Nein, das ist nicht Da hinten steht aber einer Den haben wir Und dann tun wir einmal nachladen Einmal uns bücken Äh, bücken wahrscheinlich bücken, oder? Wo ist einer, wo ist einer? Da ist einer, da ist einer, da ist einer Da ist einer, den haben wir, den haben wir Den haben wir Hier oben der Spot ist übel nice So Komm, bitte, bitte Hat mich einer gesehen? Nein, hat mich keiner gesehen Nein Komm, komm, komm Oh mein Gott Warum ist er eben nicht gestorben? Okay, den haben wir, den haben wir Den haben wir Wie, Luftraum ist nicht frei Luftraum ist nicht frei Wieso ist Luftraum nicht frei? Ich hab keine Muni mehr Nein, ich muss sich das halt eh auspacken Äh Nein Nein Wieso hatte ich keine Muni mehr? Größtes Problem in dem Spiel Keine Muni Komm, wir machen einfach Präzisionslustschlag ab in die Mitte Oh mein Gott Wie viele da sitzen Und schwitzen Wie viele da sitzen Und einfach nur schwitzen Nein, bitte Oh, danke Profisystem Profisystem bitte Danke Molotov hinten rein Ich glaub, da hinten in der Ecke War noch einer Ich weiß es aber nicht So Zack Oh, mein AIM Oh, ich hab ihn immer noch Zwar mal kann nur noch einer Aber hey, ich hab ihn noch So, Molotow Nein Nein, aber ich hab ihn getötet Hab ihn getötet So, wieder Molotow raus Immer wenn man loslegt Erstmal Granaten werfen Das ist das Wichtigste Überhaupt in dem ganzen Spiel Nein, wieso ist er nicht gestorben? Oh mein Gott Er ist nicht gestorben Er ist einfach nicht gestorben Okay Wir pushen mal in die Guck mal wie die Leute spielen Hey, komm her Nein, wo ist er hin? Ah, einfach alles in Brand sitzen Oh, da war noch einer Ah, Hilfe Schnell einfach hier hinlegen Keine Ahnung, Dinger Oh, oh, drei Leute Nein, er hat nur noch drauf reingeworfen Es ist so geil Wirklich Also, vielleicht der eine oder andere Denkt sich so Wie kann das einem Spaß machen Aber genau das ist das Was mir Spaß macht Ihr stört's doch voll oft Aber diese Action Dieses rumgeballert Und ständig Und ständig Bis zu einem Fighten Und ständig am Kämpfen Und Da hat er mich bekommen Da hab ich mich reingeschissen Und das ist dann halt so geil, ne? Einfach den Molotow in die Fresse gekickt So, den haben wir Oh, den haben wir auch Oh, der war schön Der war schön Da hinten ist noch einer gewesen Oh, der war schön Der war wirklich schön, Leute Der war wirklich schön Da am Head glitschen Ja, den haben wir auch Präzisionssucht auch nochmal raus Ballern wir auch da hinten direkt rein Zack, zack Das Endding war jetzt Das war jetzt ganz gut Also, das war jetzt ein Viererabschuss Der war schön Der war schön Kann man nichts sagen Der war wirklich schön So, haben wir einen geholt Oh, der hat wieder Trophisystem draußen Nein Ich bin letzter tatsächlich Aber ist nicht schlimm Da ist schon wieder Trophisystem Wie ich das hasse Könnt ihr das mal zerstören, bitte? Danke Und Brandgranate Einfach genau dahin, wo das Trophisystem war Einfach, weil ich's kann So, einmal nachladen Das Nachladen im Spiel geht mir leider zu langsam Ähm, okay Die lagen da alle Und keiner hat irgendwas gecheckt Finde ich auch okay Finde ich auch okay Finde ich auch okay Nein Ah, bitte nicht, bitte nicht Ach man Ich bin so am reinscheißen Egal Molotov rein Oh, scheiße Er kommt jedes Mal mit seinem Raketenwerfer Aber wirklich jedes Mal Und es ist immer der Es ist wirklich der schlimmste Spieler Er spielt Shotgun Er spielt Trophisystem Er spielt Raketenwerfer Also wirklich Das ist komplett dieses Kit an Schlimmer geht's einfach nicht mehr in dem Spiel Aber so dieses Durchnade Dieses Rumgeballer, Alter Du blickst nicht mehr durch Oh mein Gott Da war noch einer Easy Alle rasiert Die führen 195 Komm, komm, komm Den haben wir Da liegt noch einer Da liegt noch einer Den haben wir auch Noch eins oder zwei zum Geschütz Eins, glaube ich Komm Miss, miss, miss Haben wir nicht Haben wir nicht Haben wir nicht Wir haben noch einen Präzisionsluftstack Wie? Luftraum nicht frei Deine Mutter ist auch nicht frei, Alter Sie ist wieder auf Ausgebucht Komm, wir brauchen eine neue Waffe Waffe Ich will als mein Scheiß Hallo Wie Luftraum nicht frei Ich will die Scheiß jetzt einsetzen Komm, einfach da Wo ich gerade gespawnt bin Nein, passt das So Ey, wenn wir das jetzt doch gewinnen würden Nein, ich wollte das Geschütz von ihm kommen Ah, das haben wir leider verloren Leider verloren Das ist ein Teammate Ich glaube schon Ja, das war jetzt eine Runde Shipment Und Sparstelle Stummschalten aktiviert Okay Und, äh, ja Also das Das macht Spaß Ich muss ehrlich sagen Ich weiß nicht wieso Aber das macht Spaß Das macht wirklich Spaß Ich habe zwar ein 41 zu 33 Ey, immer noch positiv Aber, ähm Ja, das ist cool Du kannst deine Waffen hier echt schnell hochzielen Schnell machen und sowas Weil du halt viel und schnell killst Das ist halt krass Also hier, wie ihr seht MP5 Also ich kann euch das nochmal zeigen Für die Leute, die es nicht wissen Wenn ich das auf Ausrüstung gehe Ich versuche mich auch hier zu vereilen Bei der MP5 zum Beispiel Dann Tarnung Und dann ist hier deine Aufgabe Zum Beispiel Schalten sie Feinde aus 500 von 500 Also es ist insgesamt 1000 oder sowas Ich weiß nicht wie viel du hier machen musst Insgesamt Aber diese Skins Dieser Tarnung Schaltest du hier so schnell frei Oder töten sie Feinde mit Kopfschüssen Das ist dann nicht so eine lange Map Wo du warten musst Bis du mal einen Gegner siehst Insgesamt ist diese enge, schnelle Map Kannst du so schnell Kills machen So schnell alles machen Und dann kriegst du diesen Gold Skin Äh, wie ihr seht Habe ich auch ganz viel freigeschaltet Jetzt in dieser Runde Kriegst du so schnell Sachen voll Töten sie mindestens 3 Feinde ohne zu sterben Ist auf der Map ein bisschen schwerer Aber auch machbar Oder Telografie ist auch ein bisschen schwerer Aufgestützte Waffe Weil du stirbst halt ziemlich schnell Aber so die generellen Kills Oder hier, ähm, größere Distanz Ist auch ein bisschen schwerer Aber sonst, ähm, ist das eigentlich Sau easy machbar Und sau geil Muss ich sagen Also deswegen spiele ich das gerne Und ja Ja, ansonsten würde ich sagen Jo, vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank fürs Entschalten Ich hoffe die Kleine Aber feine Runde hat euch gefallen Äh, Wiederschauen Und Reingehauen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal